Konnichiwa Ninjas da draußen, heute wieder zu einer Folge Battlefield 5 zusammen mit Fresh Fries. Hallo. Und wir spielen, was machen wir? Frontlinien. Frontlinien klein, ne? Ja. Mal gucken wie klein es wirklich ist. Sieht aber kleiner aus, definitiv. Eigentlich nicht. So sind wir es gewohnt. Battlefield sagt, das dauert ungefähr 25 Minuten. Wir wissen, es dauert eine Stunde. Wuhu. Da wurde ich auch schon erschossen. Ich bin gerade Erster im Team. Hä? Wie das? Hast du Punkte angenommen? Ich bin fast im Panzer und hab zwei abgeballert fast. Hättest du mal getötet. Richtig viel Damage gedrückt, ja. Irgendwann laufe ich hier gerade. Fuck. Oh, und ich bin hinter die Unsterbe. Ich hab ne Molly fallen lassen. Äh, der Wahnsinn. So klein sieht jetzt das echt nicht aus. Ist so die normale Größe. Gibt's da noch ein größere Frontlinien, weil das Frontlinien klein ist? Muss ja eigentlich, ne? Ey, der Panzer! Schnell die Panzer fucking ab. Der gibt halt gezielten Headdy, ne? Ich bin ein One-Hit-Wonder. Kann ich bei dir spawnen? 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 Ja. Wo ist der Panzer? Keine Ahnung. Au, au, au! Ich hab'n gefunden. Äh, ich hab'n noch keinen Kill gemacht in der Runde. Ich hab'n jetzt gerade. Juhu. Ich krieg' doch! Da hast du aber, da hast du aber jetzt lange angehalten, bis du den da mal abgedrückt hast. Ich hab'n den falschen erst irgendwie gehört. Achtung! Das Ziel kann jetzt angegriffen werden! Auf zu B! Wir müssen schwimmen! Einfach schwimmen, schwimmen. Hör auf zu singen. Einfach singen, singen. Ich bin auf B, wer noch? Die Gegner. Huh! Ich hab'n Sniper getötet. Einfach bei dir? Au! Ich wurde getötet. Ich auch. Ich bin schon viermal gestorben. Ich erst dreimal. Du bist übrigens fünfmal. Und ich dreimal. Ja. Ich glaub' wir können hier schon warten. Hältst du davon? Oh Gott. Theoretisch. Aktisch hab' ich grad'n Sniper. Muss ich nochmal vor mir eine andere war vorhin. Ich schieß' drei mal. Dann krieg' ich... krieg' ich instant auf'n Sack. Hältst du? Hältst du denn? Hältst du? Hältst du? Hältst du? Ich schieß' dreimal. Dann krieg' ich... krieg' ich instant auf'n Sack. sie. Ah, von zwei Seiten, ja. Jetzt kann ich aber zwingend was anderes schreien. Woher in die A überhaupt schon? Fuck, und dann blauht mich einer. Ich könnte kotzen. Hol mich hoch. Junge. Ich bin nur neben dir. Ey, ich könnte kotzen. Ohne Witz. Blockt mich erst, dass ich sterbe? Weil denn Sunny hätte dich holen können? Er hätte mich holen können, so wie du. Ach, komm, fick dich. Diesmal bin ich tot. Alter, wo spawnen wir denn? Ich verbarrikadier mich jetzt auf A. Ich komm auch irgendwann heute da an. Das Problem ist halt, wir müssen halt irgendwie zu B durchkommen. Sie? Ich hab auch so eine kleine Idee zumindest. A wird auch schon wieder eingenommen. A nehm die A. Oh, come on. Wo laufen denn die alle hin? Ja, weil der Panzer drauf steht. Die haben immer noch den ersten Panzer und mit dem rennen sie durch. Ich bin erledigt. Hilf mir. Ich würde hier rumliegen. Na, Fäsche steht im Panzer. Geil. Warte, ich spawn bei dir. Vergiss, wir nicht zu reparieren. Wo ist hier denn? Oh, oh. Ja. Das war unser Tod. Das war der Panzer. Ich hab auch keinen einzigen geholt, nur ein paar Punkte gemacht. Mäh, das ist halt auch so lächerlich. Und die können halt gezielt Headys mit dem Ding verteilen. Und das verstehe ich nicht. Die haben aber auch den anderen Panzer. Ja, trotzdem. Ich hatte halt den mit der Kanone einfach nur. Aber mit einem MG dann ein Headdy geben ist unwahrscheinlich, ne? Wer weiß, wie lange die alle schon gespielt haben. Na gut, stimmt auch wieder. Aber trotzdem. Ich stell mich hoch auf die Brücke. Was macht das? Ich guck mal, wo ich so hinkomme. Jedes Ziel muss verteidigt werden. Direkt man down, nice. Die sind am Panzer. Drei Stück laufen mit dem Panzer. No, die machen das gut. Mann, ich hab einen geholt. Direkt an der Brücke. Panzer kommt hinten rum. Ich hab jetzt noch eine Panzerabwehr und eine Stilgranate mitgenommen. Vielleicht bringt die jemand. Was, äh, hast du den Panzer schon gesüchtet? Ne, noch nicht. Die sind bei A. Bei C auch schon. A und C. Alter, die überrennen uns komplett. Ja. Allein wenn du die Level anguckst, das hat nichts mit einem ausgewogenen Matchmaking zu tun. A, B und C haben sie da schon dran. Siehst du, was ich meine, oder? Bei uns hat der höchste 50. Dann kommt 43. Dann ist er aus. Bei denen hat der niedrigste 8. Okay, aber das ist einer. Das ist doch lächerlich, oder? Ich zitiere dich kurz vom Anfang. Das wird lange dauern. Das hat ganze fucking 9 Minuten gedauert. Echt jetzt? Ja, okay. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Schreibt uns was in die Kommentare. Hier sind noch ein paar Videos für euch. Wir sagen tschau, tschüss, bis morgen. Oder bis zum nächsten Mal.